Verzweifelt, ohne Hoffnung, auch nur noch drei Pfefferbeißer in der Hose, die Scheiße dampft. Die Scheiße dampft. Wo ist Bigfoot? Kreis, wo ist Bigfoot? Sie hörten ein Brüllen ganz tief im Wald. Es war viel zu finster und auch sehr bitterkalt. Sie fanden einen Mann ganz haarig und gebückt. Er lag bewusstlos auf einem Baumstamm und hatte Blut an seinem besten Stück. Sie fragten sich, was geschah hier nur? Denn alles war trocken und von Vaseline gab es keine Spur. Was willst du uns damit sagen? Trockene Zweige, trockene Zweige, überall im Keller und im Wald. Ach, jetzt auf einmal ist die trockene Zweige-Nummer doch mit drin. Du hast davor noch gesagt, nee, nee, trockene Zweige. Ich wollte noch mal trockene Zweige sagen. Wo bist du, Bigfoot? Mir ist kalt, will nach Hause. Ho, 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 ich bin Bigfoot und ich habe Geschenke in meinem haarigen Arsch für euch alle. Das ist nur ein Stock. Ist es nicht schön? Vergiss nicht, immer Zweige mitnehmen, weil wenn wir wieder hier so ein Feuerchen brauchen, dann weiß es, es geht um Leben und Tod. Ich glaube, ich habe Zweige. Also ein Campfire könnte ich noch errichten. Aber wo steckst du die denn alle hin? Ich meine, wo kommen die ganzen Zweige hin? Ich habe so eine kleine Zweigentasche. Ich habe damals im Afghanistan-Krieg gelernt, wie man Zweige mehrere Kilometer unentdeckt schmuggeln kann. Run for the border habe ich Zweige in meinem Afterhöhlen-Bag. Deswegen wurde es umbenannt. Es ist nicht mehr die Seidenstraße, sondern die Zweigestraße. Wo ist eigentlich diese Opferstätte? Das war hinter uns. Das war eher so hinter uns am Beach. Die Richtung. Ja, als würde es sich irgendwie am Strand rumlümmeln. Frankfurt. Biggie. Biggie-Fu. Oh nein. Oh, abgebremst. Ich habe eben gerade einen Supersprung gemacht. Ja, ja, ich auch, ey. Das war hier am Camp-Foot. Am Camp-Foot-Hill? Camp-Foot-Hill. Irgendwo hier habe ich ein Brüllen gehört. Da, rote Haut. Ja, ich habe da auch was gehört. Hä? Ist das neu? Nee. Aber warum ist das eine Zelt hier abgefackelt? Alter, wir hatten das hier komplett zerrissen. Da ist auch noch ein bisschen Munition drin. Nee, das war das Zelt, wo wir nicht an die Kugeln gekommen sind. Ach so, aber vielleicht war Bigfoot sauer? Ja, aber guck mal, er ist jetzt schon über die Hälfte, knapp über die Hälfte tot, oder? Ja. Über die Hälfte. Aber von Bigfoot keine Spur. Von Bigfoot keine Spur. Ich habe seit Anfang des Spiels, habe ich Tracking-Munition drin, um ihn zu tracken. Aber wir sehen ihn nicht, also können wir ihn auch nicht tracken. Ja, aber wo sind die Tiere? Die Animals. Ja, alle Tiere sind verschwunden. Wo sind die Bienen? Alle sind tot. Guck mal, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo in die Richtung, wenn wir jetzt da lang gehen, dass da irgendwo noch ein Hochsitz oder sowas sein muss. Weil ohne Fleisch können wir den auch nicht anlocken. Und ich habe nichts mehr. Ja, ohne Fleisch können wir ihn nicht locken. Ohne Fleisch, kein Lock. Ohne Fleisch, keine Locken. Nix locken. Mr. Veda. Mr. Veda. Ich glaube, ich lasse hier mal ein Biffy. Biffy. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt eine Biffy rein. So ein Pfefferbeißer, weißt du, dann brauchst du das nicht so. Vielleicht, wenn wir beide volle Energie haben, kommt er vielleicht. Ja, weil er denkt, guck mal die hier, denen geht es ja richtig gut. Müssen wir direkt ändern. Das ist wahrscheinlich gar nicht Bigfoot, sondern Grantelbart, den wir hier jagen. Ja, der Grinch. Das hätten sie zu Weihnachten machen können eigentlich. So einfach einen grünen Sprite draufziehen, so auf den Bigfoot. Und dann Grinch-Hunting. So ein paar Weihnachtslichter einfügen, ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber nein. Ja, eigentlich gar nicht so schwierig, aber Kreativität mittlerweile haben die nicht drauf. Ja, ja. Müssen irgendwie seine Spuren finden. Small Indie Companies halt, genau wie Treyarch. Angeblich, Leute haben gemeint, angeblich sollen wir uns irgendwo hinlegen, hinsetzen, entspannt, den Larry machen und einfach warten. Ein paar Lagerfeuergeschichten erzählen. Ich war jahrelang im Knast, ich wurde eingesperrt, weil sie mich verwechselt haben. Am Flughafen wurde ich dann festgenommen. Ich war ja im Knast Schleuser, ne? Hab damals im Knast als Schleuser gearbeitet. Ich habe Leute in den Knast geschleust. Aber jetzt bin ich raus und arbeite an der Border. An der Border. Run for the Border. Run for the Border. Taco, taco. Taco, 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 fliege mit Kieses. Come to me. For Run for the Border. Ähm. Was? Man wird wahnsinnig durch diese Spiele, ne? Ja. Ich weiß nicht, aber wir suchen im Süden, wir suchen im Norden, doch Bigfoot bleibt für immer verborgen. Langsam. Es muss doch irgendwo eine Spur geben. Warum sind denn keine Spuren mehr am Boden? Ja, es gibt keine Spuren, keine Tiere, irgendwie haben wir einen schlechten Server erwischt oder so, keine Ahnung. Aber gibt es überhaupt noch Spuren oder hat man das rausgenommen, weil man gedacht hat, na, Bigfoot hat jetzt gelernt, seine Spuren zu verwischen. Das kann auch sein. Vielleicht hat er sich auf die Füße gepinklicht. Nee, er redet mit so einem Ast am, der hat ja eine Anal-Fixierung, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich hat er sich irgendwie so ein Gestrüpp, so eine kleine Tanne in den Arsch geschoben und die schleift halt die Spuren weg, wenn er rennt. Das würde Sinn ergeben. Guck mal, wir halten einfach ein bisschen mehr Abstand. Ich bleib mal jetzt so 40 Meter hinter dir. Du meinst, er ist verängstigt, weil er denkt, oh, zwei auf einmal. Ja, ja. Vielleicht ist die Abstandstechnik gar nicht so schlecht. Weil Würstchen ist mir zu viel. Ich hätte jetzt mal mein Licht ausgemacht. Vielleicht streckt er mir auch das Licht ab. Vielleicht denkt er sich, oh, ist mir zu hell. Bigfoot ist ja jemand, der schätzt. Auch die Dunkelheit, ja. Bei seinem Gesicht, weißt du? Ja, klar. Wir müssen doch irgendwo mal hier im Valley sehen. Er hat ja auch Lepra, ne? Und Gelbfieber und so. Irgendwo hier im Valley müsste er doch mal sein. Wo ist eigentlich diese Super-Secret-Höhle? Vielleicht müssen wir die Super-Secret-Höhle finden. Aber war die nicht, wo war die denn? Ganz oben in den Bergen irgendwo, oder? Die war ganz oben in den Bergen, ja. Bei den sieben Schergen. Vielleicht, wenn wir die super-geheime Super-Höhle haben, kriegen wir den Typ bei den Eiern. Oh, oh. Ich dachte, ich wäre schon wieder in den Tod gesprungen. Aber das ist sowas, das finden auch alle geil. Weißt du? Wir wandern hier verwirrt durch den Wald und suchen Bigfoot. Das ist Highlight. Hammer. Bitte mehr. Aber bitte versucht, noch weniger Interaktion ins Spiel zu bringen. Ja, bitte. Lauft doch nicht so viel. Könnt ihr nicht mal stehen bleiben? Mein neunjähriges Gehirn kann so viele Frames nicht verarbeiten. Guck mal, jetzt sind wir eigentlich schon relativ hügelig hier oben, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, wie es hier runtergeht. In der Seite. Die neue Karte, wo spielt die in den Sümpfen? Ich gehe jetzt mal Richtung Drohne und... Aber die konnte ich nicht einsammeln. Die war irgendwie kaputt, ne? Nee, nee, ich auch nicht. Hier ist all... Da habe ich noch wieder gehört. Irgendwo da hinten. Ja, ja. Aber leider ist er hier unterwegs wie ein Blitz. Wirkst ja nicht. Der ist super schnell. Können wir den Mann so verärgern, dass er sich denkt, die Jungs will ich tot sehen? Ich meine, was müssen wir tun? Ich habe schon alles gemacht. Ich habe seine ganze Familie beleidigt, ja? Briefe an seine Oma geschrieben und habe gesagt, du bist eine doofe Oma. Hat nichts gebracht, ey. Er ist auf jeden Fall hier in dieser Region. Aber es muss doch irgendwo auch mal ein Tier sein. Am Anfang hatten wir doch Tiere. Ich bin jetzt bei der Drohne. Kann ich die Drohne auflupfen? Nee. Ich kann sie aber fliegen. Geht. Du. Dann aufs Tablet. Dann auf Drohne. Such ihn mal mit der Drohne. Vielleicht... Verbindungsfehler. Was? Wie, was ist passiert? Wo ist die... Die ist nicht mal mehr auf der Karte jetzt, die Drohne. Und ich kann nicht mal mehr raus. Jetzt. Hä? Gibt's doch nicht. Bigfoot hat unsere Drohne irgendwie sabotiert. Nicht mal, dass er sowas kann. Dann hat er die Batterien rausgenommen. BGfuu. BGfuu. Es wird schon wieder dunkel. Wo bist du, Bigfoot? Ich schmecke... Auch gerne deinen Kot ab. Ja, deswegen. Wir dürfen nicht so viel von seinem Kot essen. Du denkst, wir haben zu viel Bigfoot-Scheiße gegessen. Ich denke schon, ey. Deswegen riechen wir wie Bigfoot. Und er kann uns nicht mehr unterscheiden. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Fremder war, der hier an dem Baum entlang geschuppert ist. Oder ob er es selbst war. Ich habe einen neuen Hochsitz gefunden, glaube ich. Yo. Der zerstörte alte... Alter Jagdturm. Gibt's auch noch Biffis für alle. Biffi. Ey, ich habe so viel Shit. Aber kein Fangeisen. Aber ich habe gewusst, hier muss noch irgendwo ein Jagdturm sein. Ich habe es gewusst. Aber wo ist die Opferstätte? Vielleicht einfach mal im Jagdturm bleiben. Du meinst, wenn wir hier oben im Jagdturm sitzen, kommt er irgendwann angeschissen. Ey, der kommt hier nicht. Würde ich eher zu Hause rumlungern. Da, wo sein Crystal ist. Weil da kommt er ja garantiert irgendwann hin. Ich meine, irgendwann braucht er seinen Meth. Irgendwann braucht er seinen Druck oder... Naja. Ja. Ich würde sagen, wir gehen zur geheimen Höhle. Ja, wir suchen mal die geheime Höhle. Weil wenn der irgendwo ist, dann bei der geheimen Höhle. Oh, hier... Oh, no! Oh. Okay, wie komme ich hier runter? Ich glaube, es tötet mich, wenn ich hier runter... Ja. Das war's. Ne, ich lebe noch. Okay, ich gehe da lieber nicht runter. Wie komme ich jetzt hier von diesem Berg? Hey, in diesem Berg, ey. Wahrscheinlich kommt er jetzt, wo wir getrennt sind. Jetzt kommt er angeschissen. Er muss doch irgendwo hier sein. Oh. Ich glaube, die Höhle ist irgendwie hier so oben, in die Richtung, wo ich gerade gehe. Bigfoot, wir haben uns getrennt. Ich bin schwer verletzt. Ich blute. Leichtes Spiel. Komm, schlag zu. Es ist so leicht, mich zu töten jetzt, Bigfoot. Komm schon, du willst doch mein Blut. Ich dachte, wenn der stark verletzt ist, wird der eh immer aggressiver und will irgendwie den Krieg zu Ende bringen. Ja, das dachte ich eigentlich auch, aber anscheinend ist es ihm egal. Er sagt, warum soll ich mich um Idioten wie euch kümmern? Wenn ich da unten Lachs fischen kann. In Jemen? In Jemen gibt's Lachs mit Ei? In Jemen gibt's Lachs mit Ei. Ich bin bei einem riesigen Stück Berg. Hier oben wird der nie sein. Wie? Never? Jemals nie. Wir werden ihn nie finden. Wieder voll weit weg und immer noch da unten. Ich habe ihn sogar brüllen gehört gerade. Ich höre den gar nicht mehr. Nee, du bist auch zu weit weg. Ich bin irgendwo in den Bergen oben. Er wäre jetzt so Richtung Hütte, weil er jetzt irgendwie mehr... Ich bin ja auch an irgendeiner Grenze angekommen. Hier geht's gar nicht mehr weiter. Okay. Irgendwie hat sich die Karte auch verändert, weil hier oben war ja eigentlich mal diese Region, wo man seine Höhle finden konnte, ne? Ja. Boah, ich habe, glaube ich, eine riesige Höhle gefunden. Ich komme nur nicht hin. Oder komme ich hier runter? Soll ich es riskieren? Nee, das bringt mich um. Das bringt mich um. Aber ich glaube, ich habe eine riesige neue Höhle gefunden. Wenn wir da... Ich meine... Guck mal, wenn dir jemand ins Wohnzimmer scheißt, bist du dann wütend? Ja klar, ne? Mitten auf dem Boden ist schon ekelhaft. Und ich meine, wenn wir jetzt hingehen, dann seht ihr die Defiklierungsfunktion hier in dem Spiel. Und wir scheißen... Wir scheißen dem ins Wohnzimmer. Glaubst du, dann fängt er an, uns zu jagen? Vielleicht. Ich hoffe. Glaubst du, dann fängt er an, uns zu jagen? Wie hat er sie gefunden? Oh. Boah, hier liegen... Knochen, Blut. Menschengrippe. Entweder war es ein Puma oder Bigfoot. Oder Pumfoot. Oh, oh, boah, ich fall hier runter. Wie bist du da reingekommen? Irgendwo ist so ein relativ einfacher Bergpass, den kannst du nehmen. Alter, hier ist... Das ist doch sein Masturbierbaum hier drüben. Sein Masturbierbaum? Ja klar. So einer, wo die Rinde besonders weich ist und du kannst halt rein... lunzen. Lunzbaum, kennst du nicht? Lunzbaum, kennt man doch. Bisschen Pilz vorne dran. Genau, ja. Wo so ein Moos und Pilz... Fühlt sich fast an wie ein echter Wajaja. Ja. Das ist irgendwo oben, ne? Ja, ja. Ne, hier bin ich. Hallo. Ah, und hier ist die Höhle. Das ist so ein Berghöhlen-Sound. Ja, ja. Guck mal, das ist doch so ein Lunsbaum, oder? Klimaanlagen-Sound. Das ist ein Lunsbaum. Hier liegen Gerippe und Sachen. Ja. Die Höhle an sich sieht fast so aus... Obwohl, das ist keine richtige Höhle. Ne, hinten ist... Ne, das ist irgendwie keine richtige Höhle. Ist ja nach hinten offen auch. Das ist ein alter Lunsbaum, der ist schon ganz gespalten in der Mitte. Da ist er sich sehr oft dran vergangen an dem Baum. Ja, aber guck mal, hier geht es ja auch lang. Ist irgendwie so eine Zweiweghöhle. Klassische, thailändische Zweiweghöhle. Ja, ja. Ne, hier sind nur Fliegen. Ja, wenn hier mal wenigstens irgendein Tier wäre, dann könnten wir nochmal mit einem schönen Steak unlocken. Weil leider haben wir irgendwie das geschafft. Ja, aber es gibt doch keine Tiere mehr. Er hat alle Tiere vergewaltigt. Und deswegen hat es sich rumgesprochen bei den Rehen. Und die haben gesagt, nee. Ich gehe aus diesem Wald, gehe ich raus. Ich will nicht mehr in diesem Wald wohnen, in dem ich Angst haben muss. Nachts. Nachts von haarigen Bären, ähnlichen. Nachts von... Aus fremden Ländern stammenden. Ja. Ja, ist doch gar kein Einheimischer, dieser Pickfoot. Der ist so zugewandert. Ja. Dann, da sehe ich nicht ein. Rassistische... Antilopen. Rassistische Waldtieren. Die rassistische Antilope. Ein Zwerg und ein Mensch. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier nicht auf Vollkontakt irgendwie... Nein, es gibt keinen Vollkontakt mehr. Die nächsten fünf Episoden wird einfach nichts passieren. Also müssen wir das Spiel nochmal neu starten. Tja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das dann was bringt. Warte mal hier, alter Jagdturm. Mit dem nicht schon? Den hatten wir schon. Aber warum habe ich hier einen Sound? Hast du auch einen Sound? Nö, bei mir war der noch markiert. Komisch. Ich habe einen Sound. It's a new shit. It's a new. Alte Jagdturm, äh. Hier. Da pullt ihr doch schon wieder da hinten. Nee, das war doch hinter uns, oder? Äh, das war irgendwo da vorne. Wenn er halt mal in unsere Richtung sprinten würde. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Er rennt ja irgendwie vor uns weg. Vielleicht ist es jetzt anders. Früher hat er Wut gehabt gegen uns. Und heute hat er Angst vor uns. Also ich glaube, es war mehr so Richtung Zentrum. Ich finde, es war mehr so Richtung seiner Heimathöhle da hinten, wo er Captain America begraben hat. Es gibt nur noch diesen komischen Vogel, der immer so ein... So ein total erstaunter Vogel. Boah. Boah, was ist das? Weißt du? Boah. Finding Bigfoot. Jetzt mit noch weniger Action. Ihr habt zu viel Bigfoot-Action. Wir haben es rausgepatcht. Ja. Die sind seine Map-Vorräte. Warum geht er nicht mal da ran? Hinten bei der Tonne. Ich weiß nicht. Kann man sich in der Hütte ein bisschen aufwärmen eigentlich? Ja. Die Hütte ist warm. Guck mal hier. Fixer, Besteck, alles da. Da ist sogar ein Bild von ihm. Ich habe auch irgendwie gesehen, dass sie irgendwann auf die Hütte angreift und einschlägt und so. Der kann die Fenster einschlagen. Ja, der hat ja schon irgendjemanden sich genommen. I want to believe. Guck mal, hier saß auch irgendwie der alte Smitty. Ja, und hat da irgendwie eine Anusblutung gekriegt. Vielleicht bewegen wir uns zu viel. Vielleicht müssen wir wirklich weniger. Einfach weniger. Einfach weniger machen. Dann passiert auch mehr. Weißt du, das wäre geil, wenn man den Baseballknuppel hier in der Ecke nehmen könnte. Was ist das für ein Knüppel? Guck mal, der ist so groß wie du. Ja, der ist riesig, ne? Das ist Bigfoot's Knüppel. Und dann am Ende so dünn. Der bricht doch sofort ab bei einem Schlag. Ja, aber da greift ihn Bigfoot, weißt du? Er greift ihn relativ hoch. Mit seinen riesigen Pranken. Gab es denn nicht Waschbären oder sowas, wo man da schießen konnte? Es gab so viel, aber es ist alles weg. Da müssen wir wirklich neu starten. Es broke back bad. Da die Fahneisen platzieren und... Hoffen wir, dass es klappt. Wir haben auch seine Tonne noch hier, in der er seinen Math gekocht hat. Ja, es ist alles da. Smitty McDo, vielleicht mal hier das Nachtsichtgerät rausholen. Aber damit siehst du ja auch nichts mehr. Aber ist ja nichts. Ich habe ihn ja einmal noch kurz gesehen. Wir haben ihn ja mal ganz kurz mit der Drohne gesehen. Naja, ich habe ihn einmal mit der Drohne kurz gesehen. Aber der ist ja... Keine Ahnung, der ist ja super schnell. Er hat seine Übungen gemacht. Unten am Lake schlapper die Nudel. Es gibt doch keine Drohne mehr hier, ne? Ne, die ist explodiert. Oder ist jetzt wieder im Inventar. Ne, die ist explodiert. Aber es ist wunderschön. Hier der Himmel. Das Nordlicht. Mann, wenn mich jetzt Bigfoot vergewaltigen würde. Ich würde mich fast freuen. Hier ist mein Knabenarsch. Ne, er will ihn nicht. Er ist im Jugendamt von dem Trip. Keine Ahnung. Er ist so jungfreundlich und frisch. Er hat sich zu sehr an den Tieren vergangen. Und es reicht ihm irgendwie. Ich bin ein einfacher Bär. Tja, liebe Kinder. Wird wohl einen Neustart geben. Wir drücken ihn runter. Jagen ihn dann zu Ende. Wir werden sehen. Direkt rauf gehen. Irgendwie muss es ja auch mal wieder Spuren geben. Kann nicht sein, dass die Spuren rausgepatcht haben. Jetzt neu ohne Spuren. Ohne Spuren, ohne Tiere, ohne Fleisch, ohne Fangeis. Nur noch mit Bare Hand. Bare Hand Bigfoot. Bare Knuckle Bigfoot. Ich gehe jetzt ins Eis und sterbe. Vielleicht wenn er meinen nassen Körper sieht. Das turnt ihn vielleicht an. Guck mal hier, Bigfoot. Ich bin ganz nass und blitzend. Feucht. Ich bin feucht. Verrückterweise hat Wasser ja gar keinen Einfluss. Ich meine, wenn du hier so im Wasser bist, müsst ihr ja ganz schnell deine Temperatur verlieren. Ja. Aber du hast ja Wasserklamotten an. Ja, aber naja. Wassertarnung ist modern. Mein Onkel hat erfunden. Wenn ich mit einem Flair gar mal hier so... Bigfoot! Bigfoot! Signalflares. Ich habe acht Stück. Wir haben Feuer vor der Hütze. Alter, guck mal. Das Ding geht ja ewig. Es hat einen Laserbeam. Ja, wie ist es für einen Laser? Psssss. Bigfoot! Wir machen ein riesiges Feuer und wollen nicht aus dem Wald locken. Also wir haben so viel Munition, wir könnten ihn echt bombardieren. Ja. Vielleicht werden wir sein Crystal wegrauchen. Vielleicht kommt er dann. Vielleicht kommt er dann. Wenn er es riecht, ey. Also Neustart, oder? Führt keinen Weg dran vorbei. Ja, wahrscheinlich nicht. Wir müssen erstmal gucken, ob wir, wenn wir dann... Wir können das ja mal austesten, ob wenn wir neu starten, ob da noch wieder Tiere drin sind. Äh, ich habe ja wie gesagt, dass das Shot sind. Ja, ein Tier. Es kann doch nicht sein, dass ein Tier auf dieser riesen Map... Ja, vielleicht war das... Vielleicht war das... Keine Ahnung. Slide-Tier. Als es ging, sind alle anderen verhungert, weil sie keine Führung mehr hatten. Guck mal. Das topst übers Wasser. Der Bigfoot kommt nicht. Wir haben den ganzen Wald niedergebrannt. Eine Legende. Den gibt es gar nicht wirklich. Der Bigfoot ist eine Legende. Bigfoot! Wenn er jetzt doch nur kommen würde. Ich habe Bigfoot nie gesehen. Ich habe ihn nur gerochen und geschmeckt. Keine Ahnung. Vielleicht ist er wirklich unten am Strand. Damals, weißt du noch, das große Finale war ja auch beide am Strand. Damals ist er oft am Strand gewesen, ne? Ja, er war oft am Strand. Wir dringen hervor. Ich meine, Brücken und Gewässer. Gewässer ziehen die auch doch immer an. Klar, er badet sich ja gerne, ne? Er macht also Fellpflege, ist bei ihm eins plus, ne? Aber guck mal, hier ist gar kein richtiger Strand. Nee, das ist nur der Jebediah Cove. Ah, hier die kleine Leg Lachs. Äh, Doodle. Wir waren ja an so einem richtigen Strand damals mit Kies. Ja, ja, genau. So ein richtiger Kies-Sand-Strand irgendwie. Jetzt hier ist nur noch Frost the Lake. Doodle. Was ist, wenn man hier rüber schwimmt? Muss ja irgendwo mal sein. Bigfoot. Denkst du, irgendwo gibt's eine Ecke, wo alle Tiere hängen und sich verkeilt haben? Ey, das hab ich mich vorhin auch schon mal gefragt. So, ob's irgendwo, keine Ahnung, dass die an so einem Spawnpunkt irgendwo festhängen. Sollen wir nicht hier so mehr am Strand bleiben? Ja, aber denkst du dir jetzt an, am Strand? Naja, warum nicht? Weißt du, so, vielleicht hängt er auch an irgendeinem Baum fest. Deswegen hören wir das Brüllen immer aus derselben Richtung und finden ihn aber nicht. Aber wo ist denn dieses Ritualen-Ding? Das war doch bei der Brücke. Es war bei der Brücke, aber anscheinend ist es wieder weg. Das war ja so ein Stonehenge, so was ähnliches, ne? So mit Steinen. Ja, ja, genau. Und Runen, Zeichen irgendwie. Da haben doch die alten Götter irgendwie Bigfoot. Rituale haben die dort gemacht. Angebetet. Ne, 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 ne. Ich glaub, der ist weg. Ich glaub, der macht schon gar nicht mehr mit. Vielleicht ist er umgezogen in einen anderen Wald. Dann hat sich gedacht, ne, mit den Pennern will ich nicht zusammenleben. Ich such mir ein neues Zuhause, ihr seid scheiße. Ja, andere Erklärung hab ich nicht hierfür. Der hat doch die Adresse geändert. Müssen wir mal gucken, ob's irgendwie eine Nachsenderadresse gibt und dann... Ja. Nur muss ja irgendwas geben. Wenn's halt wenigstens mal Spuren gibt. Wenn man irgendwo floristierenden Kot oder sowas finden würde. Ne, leider ist, äh, das ist, äh, früher hat er noch hier diese Leuchtstäbchen gegessen. Ja, seitdem der keine Knicklichter mehr ist, ist irgendwie vorbei. Seitdem fühlt er sich auch einfach besser. Vielleicht hätten wir uns von Anfang an weiter trennen müssen. Ja, aber jetzt haben wir doch gar keine Aktivität. Null. Nicht mal ein Stöhnen. Ja, gut. Manchmal, ich weiß nicht, wie, in welchen Intervallen er stöhnt. Früher wurden wir regelmäßig von ihm belästigt. Regelmäßig? Das waren noch Zeiten. Weil ich hätte auch irgendwie, keine Ahnung, so einen Kurs gemacht. So einen... Bajaja-Tatschen-Nene-Kurs. Ne, 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 oder so ein Anti-Aggressions-Seminar. Hallo, mein Name ist Bigfoot. Früher war ich auch immer aggressiv gegenüber Menschen, die in meinem Wald waren. Hahaha. Ja, irgendwas muss ja gewesen sein. Also irgendeine Schulung oder sowas muss er gehabt haben. Er hat sich ja auch viel zivilisierter verhalten, als wir ihn gesehen haben. Man hat mir direkt Biskuit angeboten und einen Kaffee. Hahaha. Möchten Sie etwas trinken? Irgendwie sehe ich immer nur so leuchtende Steine. Die sehe ich. Aber vielleicht ist das auch sein neuer großer Trick. Leuchtsteine? Ja, Leuchtsteine. Ich meine, guck mal, wir sind so weit getrennt. Wenn er jetzt brüllt... Er brüllt ja nicht. Ne, irgendwie nicht, ne? Sag ja, der ist voll friedlich geworden. Karte umgestellt. Bumm. Bigfoot ist Feng Shui. In der Mitte des Waldes. Dort muss er wohnen. Aber hier ist nichts. Wir haben irgendeinen Bagger erwischt. Normalerweise hat man ja auch permanent irgendwie Rehe vor der Flinte gehabt. Ja, oder Waschbären oder anderes Getier. Aber ich höre ihn. Er ist ungefähr zwischen uns. Ja, ne? So eine Art Schere. Irgendwas Lesbos-artiges. So ein Lesbos-Move. Ich habe ihn irgendwo da gehört. Oder da. Irgendwo. Man hört ja auch nix. Wo bist du, Mann? Der verarscht uns. Der verarscht uns. Der verarscht uns eindeutig. Jetzt sind wir schon fast wieder zusammen quasi. Und er ist immer noch nicht hier. Hier ist die Brücke. Guck mal, wie er auch... Weißt du doch damals, wie wir Action an der Brücke hatten? Wie er da irgendwie sich an der Brücke festgehalten hat? Ja, er kam direkt. Er kam direkt und meinte so, äh, meine Brücke. Voila. Voila. Und jetzt hat er keinen Bock mehr. No bridge. No bridging. Mrs. Jones. Ja, und hier oben war ja auch irgendwie close to the bridge. Das heidnische Ritual. An dem scheitert es. Guck mal her. Ja, Leute. Ja. Wir müssen neu starten. Wir müssen neu starten, glaube ich. Wird anscheinend kein Weg dran vorbei. Nee. Hier ist auch nirgendwo Stonehenge. Wir hatten so viel Bigfoot-Aktivität. Ja, damals. Aber dann haben sie das Spiel gepatcht und haben sich gedacht, ne, wir machen es jetzt noch schlechter. Wir hätten uns gegenseitig mit unserer Pisse einreiben müssen. Ich glaube, das war der Fehler. Ja, vielleicht machen wir so eine kleine Urin-Session beim nächsten Mal einfach. Guck mal, hier waren wir. Hier ist Campfire Omega. Campfire Omega. Fun with Fäkalien. Ja, wir müssen mehr mit Fäkalien arbeiten. Ich habe es immer gesagt. Na ja, gut, okay. Dann schauen wir mal, ob wir ihn irgendwann eines Tages finden. Wir starten neu und dann kriegen wir den Bastard. Wir kriegen den. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung. Weil sonst gewinnt Bigfoot. Der schändet Tiere im Wald. Der schändetương Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.